Wieder war Will allein mit sich. Unerträglich. Dabei war dieser Tag ein Kommen und Gehen gewesen. Es war die unerträgliche Schwäche, die in immer wieder Befiehlseite auf Pala gelandet war. Morgen würde er unbedingt aufstehen. Er versuchte zu lesen, blätterte wieder in der Broschüre des alten Raja. Zu erkennen, wer wir wirklich sind. Zu erkennen, wer wir wirklich sind, führt zu Gutsein. Und Gutsein führt zu Guttum. Unerträglich. Das aber führt nicht von selbst zu Gutsein. Wir können tugendhaft sein, ohne zu wissen, wer wir wirklich sind. Die unter uns, die bloß gut handeln, sind deshalb nicht schon gute Wesen. Sie sind nur Stützen der Gesellschaft und oft ihr eigener Samson. Sie stützen zwar, aber sie reißen auch bald nieder. Nie hat es eine Gesellschaft gegeben, in welcher das meiste Guttum das Ergebnis von Gutsein und daher angemessen war. Aber das heißt nicht, dass wir hier auf Pala Narren sind, wenn wir uns bemühen, sie dennoch ins Leben zu rufen. Das heißt nicht, dass wir Narren sind. Als Dr. MacPhail spät nachts nach Hause kam, fand er seinen Patienten noch auf. Wie war es in Schiwapuram, Doktor? Die Stadt liegt zu nah an der Außenwelt. Man spürt sie und riecht sie förmlich. Ja, und wir haben wieder mal Grund zur Freude. Oberst Dipa? Ja, er hat einen Handel mit den Tschechen abgeschlossen. Waffen für 60 Millionen Dollar. Und heute dann übers Radio wieder einer seiner famosen Reden über Großrendang. Verstehen Sie den Zusammenhang? Nicht ganz. Großrendang ist Oberst Dipas Irredenta. Eine alte verstaubte Reichsidee, die Rändern, die Nekobaren, ein Drittel von Sumatra und auch Pala umfasst. Werden die Großmächte kaum zulassen. Mag sein, dass sie den Oberst nicht unbedingt in Sumatra haben wollen. Aber in Pala? Wir haben keine Freunde, Mr. Farmeri. Wir wollen weder die Kapitalisten noch die Kommunisten bei uns und am wenigsten Industrialisierung en gros, was beide Systeme uns aufhalten wollen. Wir sind unbeliebt, aber begehrt. Die Großmächte ziehen ein von Dipa beherrschtes Parler mit Bohrtürmen, einem freien Parler ohne Bohrtürme vor. So einfach ist das. Wenn der Oberst uns angreifen sollte, werden die keinen Finger rüber und entzückt sein vor lauter Bedauern. Aber reden wir von etwas Lohnenderem. Wie geht's Ihnen, Farmeri? Die Rani war heute bei mir. Ich weiß, ich weiß. Ist Ihnen an oder halt ein Begriff? Hat Ihnen die Rani nicht erzählt, dass wir sein neuestes Bohrlizenzangebot abgelehnt haben? Will war verblüfft. Davon weiß ich nichts. Verblüfft und auch unsicher. Dr. McPhail warf ihm einen kurzen, fragenden Blick zu, den Will erst später verstand. Dr. McPhail. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. So? Joe Elderheit ist mein Chef. Auch das weiß ich inzwischen. Sie beschämen mich. Ich bin heute im Archiv gewesen und habe mir das Impressum einiger englischer Zeitungen angesehen. Und da stand mein Name. Und der von Erdlheit. Ich bin jetzt genauso verlegen wie Sie, Farmeri. Doch wir sollten uns wieder fangen. Ich habe beim Staatsrat erwirkt, dass Sie einen Monat lang dableiben können. Es gibt ja hier nichts zu verbergen. Sehen Sie, wir können nur überzeugen. Das ist unsere einzige Stärke. Handle immer in der Annahme, dass ein Mensch ehrenwerter ist, als du mit gutem Grund annimmst. Den Rat hat mir der alte Ratschein gegeben, als ich so jung war wie Sie. Sehen Sie sich um auf Pala, wir leben nicht schlecht hier. Ich führe Sie gern. Und Ihr Knie wird das schon verkraften inzwischen. Am besten wir nehmen unseren alten Jeep. Muttergans Albtraum, weil er so schäbig ist. Aber der tut es noch nahm. Ein Monat auf Pala. Zu Gast bei Dr. McPhail. Will Farneby hatte verstanden, dass er weder beschämt noch beschenkt werden sollte. Solche Gefühle zählten hier nicht. Ein Monat war eine lange Zeit. Doch er stand schon am nächsten Morgen auf. Er war neugierig und voll skeptischer Hoffnung. Mr. Farneby! Hallo, Will! Mary Sarrogini in ihrem leuchtendroten Rock lief ihm vom Lotusteich hier entgegen, an der großen Buddha-Statue vorbei. Überall blühende Bäume und Wohlgerüche. Am selben Zaun wie vor Tagen stand der milchweiße Stier, sanft wiederkeuend. Fiebertraumbilder. Jetzt klar umrissen. Hallo, Will. Hallo, Mary. Der Großvater schickt ihn. Was macht denn Wein? Na ja. Er und Vijaya wollen noch duschen in der Versuchstation. Sie haben sich etwas verspätet. Schön, dich wiederzusehen, Mary Sarrogini. Stütz dich ruhig bei mir auf. Danke. Mir reicht schon, dass ich am Stock gehen muss. Er hat einmal Duggelt gehört. Wer ist Duggelt? Mein Vater, der tot ist. Das war sein Stock? Er ist viel gewandert. Immer in die Berge und ist geklettert. Er war oft tagelang fort. Er hat das gebraucht, sagt Susila. Er ist abgestürzt, nicht wahr? Ja. Tiefer als du. Er hat ganz allein sterben müssen. Und ohne die Moksha-Medizin. Was ist das? Die Moksha-Medizin. Ich darf sie erst in drei Jahren probieren. Die Wirklichkeitsentüllerin, sagen wir auch dazu. Du meinst eine Droge. Was ist das? Wenn man die Abkürzung nahm, war die Versuchstation kaum 400 Meter weit. Für jemand mit steifen Beinen weit genug. Mary Sarrogini führte Will direkt zu den Duschräumen. Auf dem Weg dorthin, in einem Laborraum, sah er Murugan, den Studenten sitzen. In einem amerikanischen Versandhauskatalog vertieft. Sears Roebuck & Company. Will kannte die Wälzer. Als sie sich grüßten, vertauschte Murugan seine Lektüre rasch mit einem Lehrbuch für elementare Ökologie. Sears Roebuck & Company. Der Katechismus des Westens, dachte Will. Und daran, dass Roosevelt einmal vorgeschlagen haben soll, die Kataloge in kommunistischen Ländern gratis zu verteilen. Nicht, um die Leute zum Christentum zu bekehren, sondern zu Consumerism. Hier, Will. Da sind sie. Komm rein. Soll ich dich besser draußen warten? Mary Sarrogini nimmt alles sehr wöchentlich. Bitte, kommen Sie mit der vorne wie. Setz Sie mich dort auf die Bank. Gut. Ich habe gedacht, es soll er wissen. Ja, richtig. Hier ist er. Völlig korrekt. Mary, Mary, kommst du zu uns zum Essen heute Abend? Warte, die Geier. Warte, ich noch nicht. Warte, vergiss dich. Ich fürchte, die Geier, die schrägt heute Nacht nicht mehr bei euch. Ich werde das wieder gut machen müssen. Sie ist sehr empfindlich zurzeit. Ja, wir waren wohl etwas unempfindlich. Heute war Fettarbeit bei Schleppfragen. Wir haben uns etwas verspätigt. Wir sind doch sozusagen Intellektuelle. Wir arbeiten draußen so oft für Zeithaber, aber nicht aus ethischen Gründen, wie Sie vielleicht meinen. Es geht darum, kein schlecht gelaunter Sitzsichtiger zu werden, der nur noch aus Hirn und Gesäß besteht. Unsere Lebenskraft braucht ein Ventil, sonst staut sie sich in den eingeweidenen Nervensystem. Und das wirkt dann toxisch. Das läuft nicht mehr ein. Hier auf Pasa verbringt jeder Professor, jeder Regierungsbeamte mindestens drei Stunden am Tag mit Bücken und Graben oder sonst einer vollkommenen Tätigkeit. Gehört das zur Pflicht? Ja, und zur Freude. Eine Art Halbzeitsystem, also. Fahrt ihr gut damit? Oh, das hängt davon ab, was ihr unter gut versteht. Es lassen sich keine Höchstleistungen damit erzielen, aber hier sind Höchstleistungen auch kein kategorischer Imperativ wie bei euch. Ihr denkt zuallererst an ein Maximum an Arbeitsertrag innerhalb eines Minimums an Zeit. Weiß Gott. Ja, hier denkt man zuerst an die Menschen und ihre Zufriedenheit. Das Wechseln von einer Arbeit zur anderen schafft zwar nicht den höchsten Ertrag in kürzester Zeit, aber die meisten tun das lieber, als ihr ganzes Leben lang einer einzigen Tätigkeit nachzugeben. Man erlebt und erfährt mehr. Zufriedenheit ist wichtiger als mechanische Tüchtigkeit. Tüchtigkeit ist aber eine Sache der Spezialisierung. Wir lernen schon als Kinder, wie man eine Arbeit mit einem Mindestmaß an Kraft und einem Höchstmaß an Gewahrsein tun kann. Kinder arbeiten also auch? Natürlich. Wir halten nichts von Kindermüßig an. Ihr erlaubt euren 14- und 15-Jährigen nicht zu arbeiten. Also müssen sie irgendetwas anstellen, um sich auszutoben. Oder alles unterdrücken, bis sie endlich zu diesen zahmen Sitzsüchtigen geworden sind. Sehen Sie sich Mulugan an. Er sitzt herum, er ist nie fröhlich. Das verdankt er seinen Internationen in der Schweiz. Kommt er denn mit auf die Rundfahrt? Ich hab's ihm angeboten. Mulugan setzte sich schweigsam und mürrisch auf den Rücksitz des alten Jeeps. Und Will fragte sich, was ihn zur Mitfahrt bewog. Sie hatten ihn getauscht. Ununzifferbar. Wohl auch für Mulugan. Will Farnaby fühlte sich unbehaglich. Tut mir leid für Ihr Bein, Mr. Farnaby, dass wir Ihnen kein bequemeres Fahrzeug bieten können. Sie sollten sich mal dem Herrn hinter mir entschuldigen. Ein Jaguar oder Thunderbird, nicht wahr, Howard? Modugan schwieg. Solche Träume werden hier leider unerfüllt bleiben. Wir können kein Spielzeug importieren, nur lebenswichtige Dinge, wie Sie gleich sehen werden. Modugan schwieg und lächelte in sich hinein, wie einer, der es besser wusste. Er blickte nach innen und schien nichts wahrzunehmen, auch dann nicht, als Vijaya in der Kehre einer Bergstraße anhielt. Bill sah die Strohdächer und baumreichen Gärten eines ausgedehnten Dorfes unter sich liegen. Ein weites, fruchtbares Tal. Dr. McPhail wies mit gelassenem Stolz zu der langen Reihe von Masten hinüber, die sich jenseits des Dorfes den Hang hinaufzogen, dahinter verschwanden und in der Ferne wieder auftauchten, um weiter bergauf zu laufen, durch Dschungelwälder zum nächsten Tal. Elektrizitätsanlagen, das gehört zu den lebenswichtigen Importen. Und sobald einmal die Wasserfälle nutzbar gemacht und die Hochspannungsmasten überall montiert sind, kommt noch etwas Wichtiges an die Reihe. Sehen Sie den großen Betonbau dort hinten? Was ist das? Ein Brennofen? Nein, nein, die Brennofen liegen auf der anderen Seite des Dorfes. Das hier ist die Kommunalkühlanlage. Früher ist uns die Hälfte aller Produkte verdorben, das ist jetzt vorbei. Was wir pflanzen, gehört uns. Wir müssen es nicht mehr mit den Bakterien teilen. Ah, ihr habt jetzt genug zu essen. Mehr als genug. Wir sind besser ernährt als irgendein anderes Land in Asien und haben sogar noch einen Überschuss für den Export. Lenin hat immer gesagt, Elektrizität plus Sozialismus ist gleich Kommunismus. Unsere Gleichungen sind davon recht verschieden. Elektrizität minus Schwerindustrie plus Geburtenbeschränkung ist gleich Demokratie und Fülle. Elektrizität plus Schwerindustrie minus Geburtenbeschränkung ist gleich Elend, Totalitarismus und Krieg. Das muss ich mir merken, Dr. McQuade. Wie war das? Elektrizität minus Schwerindustrie plus Schwerindustrie plus Geburtenbeschränkung ist gleich Demokratie und Fülle. Und Elektrizität plus Schwerindustrie minus Geburtenbeschränkung ist gleich Elend, Totalitarismus und Krieg. Wem gehört das alles, fragte Walfarneby. Und er hörte sich, wie er die Frage stellte, in seinem routinierten Journalistenton mit seiner gewohnten Stimme. Sie war unverändert. Was ist wirklich? Wir sind genossenschaftlich organisiert. Landwirtschaft auf Pala war immer eine Sache von Terrassieren und Bewässern. Und beides verlangt nach gemeinsamer Anstrengung und nach Zusammenhalt. Halsabschneiderischer Wettbewerb verträgt sich schlecht mit dem Anbau von Reis in Gebirgsgegenden. Darum fiel es uns auch nicht schwer, von Nachbarschaftshilfe zu rationellen Methoden von Kauf und Verkauf überzugehen. Ihr habt also auch eine gemeinsame Finanzierung? Bei uns gibt es keine blutsaugerischen Wucherer wie im ganzen ländlichen Hinterindien. Auch keine kommerziellen Banken wie bei euch. Was habt ihr für Geld im Umlauf? Hast du was bei dir, Vijaya? Leider nein. Tumor organ? Nein. Auch nicht. Pala ist ein goldförderndes Land. Im bescheidenen Maße zwar, aber wir haben genug davon, um eine solide Metalldeckung für unser Notengeld zu haben. Und das Gold ergänzt unseren Warenexport. Der ist zwar auch gering, aber so kostspielige Anlagen wie Hochspannungsmasten und Generatoren können wir immerhin bar bezahlen. Hier scheint eure Wirtschaftsprobleme recht gut gelöst zu haben. Das war kein so großes Kunststück. Vor allem erlauben wir uns nicht, mehr Kinder in die Welt zu setzen, als wir ernähren und kleiden können. Das ist das Allerwichtigste. Wir haben von allem reichlich, aber wir widerstehen auch der Versuchung, übermäßig zu konsumieren. Der Baum der Konsumgüter. Euer zweiter Sündenfall. Wir produzieren keine Koronatrombosen, indem man sechsmal so viel gesättigte Fettsäuren in sich hineinschlingt wie nötig. Und was die geistige Nahrung betrifft, wir glauben auch, ohne Fernseher überleben zu können. Das würde uns umbringen. Und nicht zuletzt, Mr. Farleby, verbrauchen wir nicht ein Drittel unserer Gesamterzeugnisse, um einen dritten Weltkrieg oder irgendeinen idiotischen Lokalkrieg vorzubereiten? Hörst du zu, Burgan? Rüstungen, allgemeine Verschuldung und veraltete Wirtschaftsplanung. Darauf beruht der Wohlstand des Westens. Wenn Krieg, Verschleiß und Geldverleiher abgeschafft würden, wäre das euer Untergang, Farleby. Und während ihr zu viel verbraucht, versinkt die restliche Welt immer tiefer im Elend. Unwissenheit, Militarismus und, als Schlimmstes, die Fortpflanzung. Hörst du das, Mr. Luggan? Merkst du dir das? Ich bin nicht auf. Noch 10 oder 15 Jahre hemmungsloser Vermehrung. Und auf der ganzen Welt, von Indien bis Peru über Afrika und den Mittleren Osten, wird es von Führern wimmeln, die sich alle der Unterdrückung der Freiheit verschworen haben. Alle bis an die Zähne bewaffnet von Amerika oder Russland oder von beiden zugleich. Und sie werden die Fahnen schwenken und alle nach Lebensraum zetern. Wolf Farleby spürte Murugans Blick im Rücken, vermied es aber, sich umzusehen. Sie sollten es nicht versäumen, Mr. Farleby, auf die Höhlenstation zu besichtigen. Palas lebenswichtige Pilzkulturen, wissenschaftlich gezogene Drogen. Hübsch, nicht? Da gibt es nicht viel zu besichtigen. Ihr solltet die besser probieren. Haben Sie eine gesunde Leber, Farleby? Ich denke schon. Man nennt das hier Mokscha-Medizin. Die Pille der Wahrheit und Schönheit. Dabei ist es ein Gift, eine Droge. So nennst du das, Murugan. Das Einzige, was sie angibt, ist ein Haufen voll Illusionen. Die verderbt uns damit. Sogar die Jugend. Du hast sie nie probiert, Murugan. Gerade du solltest nicht von Illusionen sprechen. Es ist nicht wirklich. Nicht wirklich! Du bist wie ein Miner, verzeih mir. Du bist angelernt worden, Worte nachzuplappern, die du nicht verstehst. Man hat ja gesagt, wir seien alle Drogensüchtige. Vergiss diese bösen Worte, Murugan. Vergiss sie wenigstens, bis du einen einzigen Versuch mit der Mokscha-Medizin gemacht hast. Finde selber heraus, was sie bewirkt, was du über dich und diese Welt erfährst, in der wir leben und sterben müssen. Auch du. Illusionen, Murugan. Illusionen haben die, die Macht anstreben. Macht als Ersatz für ewiges Leben. Sie können dem Tod nicht ins Auge sehen und darum dem Leben auch nicht. Murugan hüllte sich wieder in Schweigen. Der Hochmut in diesem jungen Gesicht erbarmte Wirl für einen Augenblick. Er spürte die Anstrengung. Murugan war noch ein Kind, verführt zu Konsum und Selbstsucht. Nur zu bald wurde dieses Gesicht zu einer selbstgerechten Maske erstarren. Es war zu spät. Sie scheint hier ja bekannt wie ein bunter Hund zu sein. Kommen Sie zu uns in den Unterricht, Will? Mal sehen, Mary. Und für mich erübrigt sich jede Vorstellung. Nun wissen Sie ja, wen ich Ihnen hier mitgebracht habe, Mrs. Narayan. Ja, Sie sind uns längst ein Begriff, Mr. Farnaby. Mary Saragini und Tom Kirchner sind sehr stolz auf Ihre Rettung. Wir kennen jedes Detail Ihres Umfalls. Mrs. Narayan war die Schulvorsteherin. Eine ältere Frau mit lächelnden Augen. Anfangs war Will etwas eingeschüchtert, als er mit ihr allein blieb und ihr durch den Gang folgte. Die alte Schulangst, dachte er, ein Gefühl fürs Leben. Ökologieunterricht, sagen Sie, ist das nicht ein bisschen kompliziert für Kinder? Im Gegenteil. Gerade darum beginnen wir sehr früh damit. Kinder sollen nicht meinen, dass etwas für sich allein besteht. Sie sollen von Anbeginn verstehen lernen, dass alles, was lebt, in Beziehung zur Familie besteht. Wir zeigen Ihnen das. Wald und Feld und Teich und Bach und Dorf und ringsum auf dem Land. Unser, unser, ich finde nicht nur im Schulzimmer stand. Kommen Sie, das ist mein Arbeitszimmer und auch mein Labor. Puh, ich mache uns Licht. Mrs. Narayan war Amateurfotografin und hatte viele Reisen gemacht. Sie zeigte Will ihre Sammlung. Fotos aus aller Welt. Darunter auch Bilder der Zerstörung. Sei gut zur Natur und sie wird gut sein zu dir. Verletze und zerstöre sie und sie wird dich zerstören. Tja, versandeter Boden und kahle Berge sind Gleichnisse. Sehen Sie. Die Küste von Griechenland. Hm, der ganze Mittelmeerraum. Nur ein Beispiel von vielen. Du kannst ein Kind die Notwendigkeit der Pflege und des Bewahrens verstehen. Und davon ohne Schwierigkeit auf die Gesetze der Ethik übergehen. Ich erzähle den Kindern oft von meinen Reisen und zeige ihnen die Fotos. Die Natur lehrt uns eine universelle Ethik. In ihr gibt es kein auserwähltes Volk und keine großen historischen Offenbarungen. Die Ethik des Miteinanders und des Respekts liefert niemandem den Vorwand zur Überheblichkeit oder irgendwelchen Privilegien. Wir werden nur so lange diesen Planeten bewohnen dürfen, als wir der Natur mit Klugheit und Verständnis begegnen. Elementare Ökologie führt so geradewegs zu elementarem Buddhismus. Hier und jetzt heißt auch hier und jetzt bewahren. Nicht irgendwann später. Pala, den 11. April 1961, schrieb Wilf Arneby in sein von Meersalz verklebtes Notizbuch. Zum ersten Mal eine Schule besichtigt, in der es nirgends nach Angstschweiß roch. Noch bei Susi beim Unterricht gewesen, als ihr ältester Schüler. Atemholspiele. Über sein Glücksgefühl schrieb er nichts. Modugans Worte fielen ihm ein. Es ist nicht wirklich. Nicht wirklich. Wenn nur der Manichäer, der ich zu sein glaube, mir gestatten würde, dies zu wissen, was ich wirklich bin. Es ist die Versöhnung von Ja und Nein. Zu Ende gelebt in völliger Hinnahme und der gesegneten Erfahrung von Nichtzweiheit. Kampf und Vergeblichkeit. Das Grundmotiv aller Geschichte und fast jedes Einzelnen. Ihr führt einen aussichtslosen Kampf, Susi. Wir kämpfen nicht. Was tut ihr da? Nichts. Außer unbeirrt weiter zu tun, was wir tun und wieder alle Vernunft zu hoffen, dass unsere Lebensweise überzeugt. Es gibt wenig Aussicht, aber vielleicht geschieht es doch. Ich zeige euch Leiden, sagt der Buddha. Aber ich zeige euch auch das Ende der Leiden. Und wenn dieses Ende euer Untergang ist? Wir können bloß die Kunst erlernen, auf vernünftige Weise unvernünftig zu sein. Warum sehen Sie mich an? Sie sehen aus wie ein Kind. Ich? Es war nur ein Augenblick. Am nächsten Morgen rief die Rani an. Will Farnaby war allein im Haus. Dr. McPhail, hier spricht... Wie bitte? Nur ein Scherz. Meine kleine Stimme drängt mich, sie anzurufen. Es geht um Entscheidendes, mein Lieber. Um Öl, habe ich recht. Um Öl. Ich habe soeben eine sehr beunruhigende Nachricht von meinem persönlichen Beauftragten in Rendang erhalten. Einer hochgestellten und sehr informierten Persönlichkeit. Gestern sind Handelsvertreter von, bitte sehr, drei Ölgesellschaften aus Europa und Amerika dort eingetroffen. Hören Sie? Ja, ich höre. Mein Gewehrsmann sagt mir, dass es sich um beträchtliche Geldsummen handeln soll. Schändlich. Das ist das treffende Wort. Wir müssen unverzüglich handeln, Moschere. Jetzt, jetzt, sagt meine kleine Stimme. Lord Elderheit muss per Kabel verständigt werden. Er muss Sie sofort bevollmächtigen, die nötigen Schritte zu tun. Es geht um unsere gute Sache. Sie brauchen carte blanche, Monsieur Farnaby. Bitte? Carte blanche muss er Ihnen geben. Und Sie werden auf der ganzen Linie Erfolg haben. Ja, ich frage mich... Es geht um den Kreuzzug des Geistes. Wir müssen Erfolg haben. Zaudern ist Freifel. Ich werde von Rendang auskabeln lassen. In unser beider Namen, Monsieur Farnaby. Ihrem und meinem. Lord Elderheit ist unser Retter. Der Mann mit dem Drachen. Sie sagen es. Und meine kleine Stimme sagt mir, heute Abend noch wird er carte blanche geben. Ihnen, Monsieur Farnaby. Sie, wir müssen siegen. Sie müssen. Sie sind ein vom Schicksal Erwählter. Denken Sie an das Wunder Ihrer Rettung. Es gibt keinen Zufall. Sie hören von mir. Noch am selben Abend kam ein Brief von der Rani. Handschriftlich, auf blauem Seidenpapier, mit Sandelholz parfümiert. Ihr Sohn Murugan war der Bote. Rolf Farnaby stand auf dem Marktplatz des Dorfes, inmitten des bunten, lustvollen Treibens und las diesen Brief, der zur Eile gemahnte, unter Murugans dringlichen Blicken. Ma petite voie, cher Farnaby, avez raison. Lord Elderheit gibt dir denn alle Vollmacht an seiner Stadt, an unserer Stadt zu verhandeln. Und dies ohne jegliches Räumen. Denn Ungeheures bahnt sich an. Pahlers Geschichte treibt einem Wendepunkt zu. Und zwar rascher, als ich für möglich hielt. Wir müssen handeln. Aus Gründen, die auch politisch und wirtschaftlich sein mögen, jedoch vor allem spiritueller Natur sind. Ich und Murugan sind Witter, Oberstieper dagegen ein typischer Skorpion. Aus einzigartig günstigen Gründen also ist nun entschieden worden, eine Aktion vorzuverlegen, die ursprünglich für die Mondfinsternis im November geplant war. Uns bleibt es nun vorbehalten, mit jener übersinnlichen Macht zusammenzuwirken. Kommen Sie unverzüglich, Monsieur Farnaby, kommen Sie zu mir. Murugan wird Sie führen. In mir, keine Zeit, Hoheit. Was heißt das? Sie stehen hier herum. Das täuscht. Ich warte. Kommen Sie oder kommen Sie nicht? Ich bin verabredet. Was soll ich denn meiner Mutter sagen? Dass ich leider nicht abkömmlich bin. Ihr wart heute in den Bergen oben nicht? Beim Shiva-Tempel. Beim Shiva-Tempel. Ja, Susina. Ja, wenn Sie denken müssen. Es gibt auch Dohlen auf Pala. Ein paar kleine Verbindungen zwischen hier und weils. Ich habe die jungen Leute beim Klettern beobachtet. Es war Ihr Einweihungstag. Ihr Eintritt ins Erwachsenenalter. Er wurde ganz schwindelig beim Zuschauen. Obwohl Sie gute Bergführer hatten. Es gab keinen Unfall. Wart Ihr denn auch mit Ihnen im Tempel? Dr. McVeighl hat eine Rede gehalten. Über das Yoga der Gefahr. Über Grauen und Schönheit. Für Dich sind das Gegensätze. Weiß Gott. Vielleicht hätte ich auch wie die anderen eure Moksha-Medizin gebraucht. Nicht nur. Du hast auch nicht ihr Erlebnis gehabt. Das gemeinsame Klettern. Das Yoga des Gipfels. Den gefährlichen Abstieg. Und den Weg zurück durch den Dschungel. Sie haben viel erfahren heute. Ich finde, dass das Grauen erheblich überwiegt. Ich habe viel von der Welt gesehen, Susina. Sieh Dir den Buddha an. Was siehst Du? Im Mondlicht und vom Teich gespiegelt stand die weiße, lebensgroße Statue, die Will schon seit seiner Ankunft kannte. Ein Buddha im Lotus-Sitz auf einem seltsamen, gerillten Postament. Über dem Haupt war ein blattförmiger Baldachin, der sich im Rücken der Statue zu einem Säulenschaft verjüngte. Eine schöne Skulptur. Was soll ich sehen? Sieh sie genauer an. Mein Gott. Ich war blind. Was erschreckt Dich so? Du sitzt auf einer zusammengerollten Kobra. Was ich für einen Baldachin hielt, ist die aufgerissene Rache. Du kennst die Legende von Mutschalinda nicht. Mutschalinda ist die göttliche Schlange. Als Buddha sich unter ihrem Baum niederließ und meditierte, kroch sie aus ihrer Höhle hervor und verneigte sich vor der Weisheit im Namen der Natur. Und als sein Unwetter von Westen heraufzog, umschlang die göttliche Kobra den Leib des göttlichen Mannes, bedeckte sein Haupt mit ihrem Rachen und schützte ihn sieben Tage und Nächte vor Wind und Regen. Und so sitzt er in Kontemplation versunken, die Schlange unter und über sich, ihrer Umschließung gewahr und zugleich des hellen Lichts der Erleuchtung und auch gewahr, dass beides letztlich einander gleich ist. Ich glaube, ich weiß noch sehr wenig von Eurer Welt. Es ist dieselbe wie Deine. Als sie Susilas Haus betraten, sah Will den Buddha herüberleuchten, vom Mondlicht verdoppelt im schimmernden Teich. In dieser Nacht nahm er zum ersten Mal die Mock-Schein-Medizin. Bei Dr. McPhail drüben, sah er, ging das Licht an. Er war spät nach Hause gekommen. Bilder einer möglichen Kindheit. Bilder von früher, von England, von Reisen. Bilder vereinzelt wie Glockenschläge. Schmerz, Zeit und Trennung. 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 Getrenntheit. Wörter. Wörter und Bilder. Einzel. Vereinzelt. Getrennte Gefühle. Verband auf Millionen Bewusstseinsinseln. Und jede der Mittelpunkt einer Welt von Ängsten. Inseln. Darüber ein endloser Himmel. Was siehst du? Inseln, die ins Schwimmen geraten. Inseln mit lautlos schlagenden Flügeln. Schweben. Kreisende Schwärme. Und Abflug. Wie Fledermäuse. Ganz schwarz da hinten. Seligkeit. Mein Gott. Leuchtende Seligkeit. Leuchtende Seligkeit. Was geschieht? Licht. Siehst du es? Ich bin es. Licht. Will Farnaby dachte. Will Farnaby? Es gab niemand mehr dieses Namens. Nur noch die Anwesenheit dieses Lichts. Und Verstehen. Jenseits aller Erkenntnis. Ein grenzenlos, ungespaltenes Dasein. Mach die Augen auf, Will. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Zurück. Molly. Wo willst du hin? Warte, Molly. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Zurück. Molly. Molly. Was siehst du, Will? Tot und Graun. Er starrte jetzt auf den Dielenboden, der ein brauner wirbelnder Fluss war. Mittendrin stand sein rechter Fuß, nackt und riesig unter den Riemen seiner Sandale. Der Marmorfuß einer gigantischen Statue. Ein Marmorfuß. Das ist die Geschichte der Menschheit. Er ruht, wenn er alles zertreten hat. In einem braunen, dreckigen Fluss. Willst du mich? Komm zurück. Es gibt keine drin. Eine Hölle hinter der anderen. All dieses Leiden ist sinnlos. Und auch unsterblich. Es gibt kein Ende. Und jeder ist allein mit sich. Jeder mit seinem eigenen Leid. Ewig und ausnahmslos allein. Es ist so still hier. So furchtbar still. Warum erschrickst du? Du drückst mir die Augen halt. Ich berühre nur deine Lieder. Es ist wie elektrischer Strom. Ich berühre dich und werde selbst berührt. Ein Austausch vom Leben. Sonst nichts. Weißt du, dass du mich all die Stunden, all diese Ewigkeiten, die wir hier saßen, nicht ein einziges Mal angesehen hast? Hattest du Angst davor? Hattest du Angst davor? Such sie lah. Du hast dich an das helle Licht der Leere geklammert. Dass du mich nicht länger hast ansehen lassen. Die Leere hilft dir nichts, wenn du ihr Licht nicht auch in der Welt sehen kannst und in anderen Menschen. Es ist unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Die Leere ist Licht. Aber zugleich auch Mitgefühl. Karuna. Karuna. Es gibt eine Kontemplation, die einfach nur nach dem Licht strebt. Ohne alles Mitgefühl. Das genügt nicht. Oder Menschen, die bloß gut sind und mitfühlend, aber nicht nach dem Licht streben. Auch das genügt nicht. Mach die Augen auf, Will. Sieh mich an. So sieht ein menschliches Wesen aus. Ist es schlimm? Eine Seite deines Gesichts liegt im Schatten. Kannst du beide Seiten ertragen? Bist du wirklich, Susila? Du wechselst und wechselst. Nicht die Augen schließen. Wovor fürchtest du dich? Komm mit mir ans Fenster. Es hat dich immer gegeben. Ich kann mich erinnern. Du kommst und gehst und veränderst dich. Wir sind so viele Gestalten. Warum weinst du? Das letzte Mal, als wir die Moksha-Medizin zusammennahmen, Dackelt und ich, standen wir vor diesem Spiegel da drüben. Wir sahen uns an. Und jeder sich selbst. Wir haben uns nicht verloren dabei. Dackelt sah sich, wie er in 40 Jahren aussehen würde. Kaum einen Monat danach war er tot. Verstehst du, was sie sagen? Ein Fremder muss kommen und mich lehren, auf meines zu achten. Wie kühl die Welt ist. Weißt du noch? Wie sie fließt. Du hast ein gutes Gedächtnis. Ich liebe dich. Er sprach es nicht aus. Er sah Susila an. Er schwieg. Ich liebe dich. Hörst du das, Will? Hast du die Schüsse gehört? Da! Wieder! Was ist das? Ich liebe dich. 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 Wer grüßt den ersten Premierminister des vereinten Königreichs mit einem großen geistigen Führer, Oberst Riefer. Sie retten so doch so eine quälische Unwahlung. Leck, David! Er wird keinen Widerstand leisten. Er ist ja vernünftig. Susila! Wo willst du gehen? Nein! Nein! Komm zurück! Hilfe! Lass ihn doch! Susila! Er sah, wie sie mitten im Laufen innehielt. Sie stand aufrecht im Scheinwerferlicht auf dem Kiesweg. Will in ihrem Schatten. Dann stürzte sie. Kalt von Parler! Euer Ratscher spricht zu euch! Ruhe bewahren! Begrüßt eure Brüder von Rendang und Oberst Riefer. Wir kommen im Namen des Fortschritts und der Freiheit. Bleibt in euren Häusern, nicht an Füllen stellen. Ich, euer Ratscher, rufe euch! Will ging ein paar Schritte. Susila lag auf dem Kiesweg mit weit geöffneten Augen. Er beugte sich über sie. Sieh mich an, Will. Nicht die Augen schließen. Als er den Blick von Susila hob, sah er den Buddha herüberleuchten, gespiegelt im Teich, im ersten Morgenlicht. Sein Lächeln aus Stein. Corona! 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 Ein Drittel der Leiden, die man ertragen muss, ist unumgänglich. Es ist das Leid des Menschseins. Der Preis, den wir dafür zahlen müssen, empfindungsfähige und bewusste Wesen zu sein. Nach Freiheit strebend, doch dem Naturgesetz unterworfen. Und gezwungen, stets weiterzuwandern durch eine Zeit ohne Wiederkehr, dem Alter und dem sicheren Tod entgegen. Die anderen zwei Drittel der Leiden sind selbst erzeugt, von Menschen gemacht und was das Universum betrifft, nicht vonnöten. ein drittel der Leiden Sie hörten Eiland, Hörspiel von Petra Kiener, nach dem Roman von Aldous Huxley. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Christian Brückner, Will Farnaby Rolf Becker, Dr. McPhail Ernst Fritz Fürbringer, der alte Raja Peter Lühr, Susila Brigitte Röttgers, Mary Sarojini Karin Zacharias, Tom Krishna Malte Körner, Vijaya Bhattacharya Christoph Quest, Dirani Ilse Neubauer, Murugan Mailendra, Heinz Hönig, Schwester Apu, Andrea Wildner, Ranga, ein Student, Markus Hoffmann, Lord Elderheit, Heinz Schimmelpfennig, Molly Farnaby, Christel Körner und als der Vogel meiner Charles Wirz und viele andere. Ton Udo Schuster und Roland Seiler, Schnitt Christiane Köhler, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Regie Petra Kiener. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1984.